YouTube, hallo lo, herzlich willkommen zu Geotastic 18k. Wir machen drei kleine Röntgen mit unendlicher Zeit und werden genau herausfinden, wo wir sind, egal wie lange es dauert. Ich hoffe, es dauert nicht so lange wie in der letzten Runde mit Japan, da haben wir uns echt ein bisschen verfranst. Es tut mir leid für diese lange, überlange Folge, ich versuche diesmal unter einer Stunde zu bleiben. Los geht's! Und wir starten mit Runde 1. Oha. Oh nein. Okay, also ich würde theoretisch ja sagen, irgendwo in der Türkei und wir sind an in der D260. Das ist auf jeden Fall schon mal hilfreicher als vorher. Es gibt Länder, da ist es einfacher in Städten zu navigieren. Und es gibt Länder, da ist es einfacher auf dem Land zu navigieren. In der Türkei ist, wenn du auf der Autobahn bist, glaube ich, oder Landstraße, hast du mehr Chancen als in so einer verwinkelten Stadt, wo keine Straßennamen stehen. Das ist ein komische Null, das ist ein komische Null, das ist ein komische Null, aber wir suchen 260. Ich würde ja eher sagen, wir sind eher hier drüben im Trockenen und nicht hier vorne, aber die 200er sind hier. Hier 230, 210, 240. Da muss hier 250 kommen, irgendwo. Theoretisch kommt hier aber 200. 260, da sind wir. Karaselli, Kangal, 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 Kaiseri. Kaiseri stand dran, nicht? Ah, hier geht sie nach oben. Sivas, wo ist denn Elzig? Elzig, jetzt geht sie wieder hier runter. Elzig, okay. Elzig, aber Kangal liegt kürzer, da ist Kangal. Also 17 Kilometer von dort weg. 10 Kilometer sind ungefähr das hier. Also sind wir irgendwo hier. Und wir sind ja auf einer Abfahrt, so Richtung Gürin. Wenn wir jetzt Gürin sehen, dann sind wir glückliche Menschen. Gürin oder Atiniala. Also wir können auch in die Richtung sein, nicht? Ulas und Sivas liegt im Nordwesten. Ulas, genau. Nee, das ist okay. 850. Okay, dann müssen wir ja genau hier sein. Genau. Weil hier geht's auf die 260. Und hier auf die 850. So, und wo stehen wir jetzt genau? Wir stehen in dem Kreisverkehr und gucken Richtung Nordosten. Nordenosten. Das heißt, wir stehen hier zwischen den beiden Auffahrten, genau. Bingo Bongo. 8,30 Meter. Das war doch mal gut. Endlich geschafft. Türkei unter 10 Minuten. Wup, 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 wup. Elzig muss hier groß sein. Ja, genau. Das ist immer gut. Städte mit Streckenangaben, die sehr weit weg sind, nicht? War super einfach. Also, Türkei auf dem Land ist auf jeden Fall einfacher als in diesen Städten, nicht? Aber wir haben ja noch Runde 2. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich würde auch sagen, das L ist polnisch. Also, sind wir in Polen. Und bei der 60. Das ist doch auch eine sehr dankbare Position. 58, nee, S8, 60. Oh, ich habe sie auch noch gefunden. Plock, da ist auch noch Plock. Und da ist hier Navo auch noch. So, und nach Lucevo geht es in die andere Richtung. Lucevo. Lucevo. Lucevo geht nach Süden. Okay, also wir sind... Das geht nach Osten. Und das geht nach Westen. Ja, das stimmt. Aber wo ist Lucevo? Im Süden. Ich meine, ich hätte Warschau erwartet, aber nicht Lucevo. Hm. Rüsseland habe ich ausgeschlossen. Ja. Rüsseland war mir zu viel. Also da brauche ich einfach vier Stunden und du findest da keine Hinweise, die man lesen kann. Ich war einmal in Moskau, nicht? Und überall steht Mokba, Mokba. Weiß ich, dass Mokba Moskau heißt, nicht? Bin ich bestimmt vier Stunden rumgefahren und überall standen nur Mokba, Mokba, Mokba. Aber keine Entfernungsangaben, du hast keine Straßennamen für Pinpointing, 18K, genaue Position oder auch 60K. Das ist auf jeden Fall kein Spaß. Also da eine Rüsselandrunde kannst du in drei Aufnahmen aufteilen, was einfach viel zu viel ist. Deswegen habe ich das weggenommen. Aber ein Autobahn-Dreieck als Start ist auf jeden Fall dankbar gewesen. Das stimmt. Ja, also Lucevo sehe ich nicht. Das macht mich irgendwie stutzig. Weder nach Norden noch nach Süden. Hm. Okay, aber wir stehen ja in der Kirche und wir müssen in einer größeren Ortschaft sein. Wir fahren mal noch ein Stück. Also das hier ist die 260 und hier haben wir ja Straßennamen. So. Nicht, dass nachher die Stadt einfach anders heißt, nicht? 60K-Rund natürlich. Kurilisch ist manchmal fies, nicht nur manchmal, immer. Ich meine auch Serbien und sowas ist halt, habe ich auch schon überlegt, ob ich es ausschließe, aber da ging es meistens bisher noch. Ah, hier, Plashevko. Müssen wir in Gliniokow sein oder so? Oder gibt es hier noch eine andere Stadt? Eigentlich gibt es eh keine andere Stadt, die groß ist. Robin könnten wir noch sein, aber da müsste die 16 gekommen sein. Ist sie nicht. Oder Bielsk, aber da wäre kein Lupjevo. Ah. Da hätten wir die 65 gehabt, nicht wahr? Aber hier, ich weiß nicht, ob die Straßennamen passen. Wir gucken mal. Wioska, bla bla bla. Aber wir haben hier keine Kreuzung in dem Dorf, nicht? Das macht mich so traurig. Aber hier, Wioska, Ployesko. Da ist sie. Fabrikatschonka, Plocka und Kuschilenka sehe ich nicht. Aber das ist okay. Das heißt, wir kommen irgendwo von hier raus. Und Kuschilenka. Ah, hier, Kuschilenka. Die heißt hier oben Wioska, Polisko und Kuschilenka. Ist wieder doppelt benannt. Und hier Shishoskovnovka. Das heißt, wir stehen genau dort. Finish. 3,60 Meter. Wupp, wupp, wupp. Das ist aber eine gute Runde. Moskva ist Mokba. Ja. Deswegen, du musst also wissen, wie wird die Stadt eigentlich geschrieben in einer anderen Sprache? In einer Pseudosprache, um es dann zu übersetzen und lesen zu können. Aber da muss ja auch noch das Alphabet können. Oder du musst auch können, wo du hier bist. Afrika auf jeden Fall. All dear, clear and fresh, that will amaze. Okay, wir können nur in Südafrika sein, oder? Ist viel, zu viel Englisch und Werbung. Glaubt, wenig Länder haben so viel Werbung. Vielleicht noch Ghana, aber... Wir haben keinem Follow-Car, also kein Nigeria. Und sehr viele Neubaugebiete. Manjana und Sanz. Linksverkehr haben wir. Und da steht doch was Gutes. Speed Center, National Tree Seat Center, namanawe. Punkt.org. NG? Doch, Nigeria? Nee, kann nicht Nigeria sein. Uganda. Uganda. Stimmt, Uganda war auch ganz gut, nicht? Das ist dieses kleine Land. Oder waren wir ewig nicht mehr in Uganda? Da war ich eine Zeit lang ganz oft. Stimmt, die waren auch noch ganz gut entwickelt. Und UG ist das da, nicht AG. Uganda. Okay, und wir sind in Kampala. Da kann man eigentlich recht gut... Gucken. Da hinten ist der große Hügel, der ist im Osten. Und der andere ist im Nordosten. Also Osten und Nordosten. Die haben halt relativ viele Hügel. Wir sind auf einem Hügel. Und sehen nach Nordosten und Osten Hügel. Das heißt, wir sind, glaube ich, ziemlich zentral und sehen die Dinger hier. Vielleicht sind wir an dem hier. NFA. Ich weiß nicht, ob ich die direkt sehe. West-Ost geht unsere Straße und ist recht groß. Vielleicht die hier. Die haben auch Straßennamen. Weiter, weiter. Rekord. Nee, Rekord. Lange nicht. Rekord sind wirklich, glaube ich, 10 Minuten für drei Runden, wenn du gut bist. Und wirklich direkt vor den Autobahnschildern startest. Dann ist es manchmal easy. Aber ich hatte auch schon Runden, wo ich eben nirgendwo stand. Einfach rangezoomt hab. Ich hab ne Brücke gehabt. Wusste sofort das Land. Hab einfach eine Brücke angezoomt. Und die war's. Das war aber one in a million, nicht? So was. Sadolin. Aber die Brücke war von der Ausrichtung und der Fluss waren eigentlich so eindeutig, dass ich den durch Zufall halt direkt rangezoomt hatte damals. Aber ist auch schon über ein Jahr her. Lange sind solche Erfolge ausgeblieben. Straßenhaben wollte ich gucken. Sag mir das doch. Was haben wir hier? Arctent Solution. Okay. Braucht ihr einen Auspuff? Ich könnte euch da ihn besorgen. Bei Arctent Solutions. Die haben auch Auspuffe im Angebot. Auspuffe? Auspuffe? Puff? Nee. Aus... Auspuffe? Irgendwie so. Uganda Telekom. Spätestens jetzt hätte ich's gewusst. Also in Afrika sind die Telekom-Anbieter eigentlich relativ gute Indikatoren, nicht? Safaricom ist Kenia. Hier haben Uganda Tail. Aha. Okay. Auch sehr gut. Orange ist dann Senegal und Co. Oh, wir können gar nicht weiterfahren. Okay. Ich würde aber sagen, die Stadt liegt... Ja, wir sind mittendrin, nicht? Und unsere Straße geht wirklich... ...West-Ost ziemlich lange. Und wir gucken dann... ...auf einen flachen Hügel. West-Ost. Gibt nicht so viele West-Ost-Straßen. Die hier vielleicht. Okay, wir gehen nochmal zum Start. Und... Wo sind wir langgefahren? Weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich werde ich gleich... Warte, ich speichere das mal ab. Sonst fahre ich gleich wieder in die falsche Richtung. Zwei Tankstellen. Oh ja, das ist sehr gut. Olympia und Oryx. Das finden wir doch. Aus Puffe. Ja. Sprache ist das, was man draus macht, nicht wahr? Sardolin. In die Richtung von Sardolin sind wir gefahren. Ach hier, auch nochmal. Jean Tens. Na man ne will. Also, ich meine, ihr kriegt da wirklich fantastische Zelte bei Jean Tens. Ich kann euch das nur empfehlen. Die sind wahrscheinlich nicht mal so teuer. Ähm. Und ich meine, ihr könnt hier sogar gleich Probe liegen davor. Und ihr kriegt auch ein paar Gartenstühle beim Kauf eines Zeltes gratis dazu. Zwei Stühle extra für jedes Zelt, was verkauft wird. Dial 165 to join the new world of better money. Unternehmen könnt ihr euer Geld gleich noch wunderbar anlegen. Und oh, noch mehr geile Gartenstühle. Äh, ein Paradies würde ich sagen. Ein Paradies ist es hier. Aber sowas von. Äh, wir wollten in die Richtung fahren. War da gerade ein Truck, der einen Truck transportiert? Da haben wir wieder Worker and Resources, ne? Clips, Clips, Clips. Das ist sehr gut. Obwohl ich noch, glaube ich, 40 oder 50 Clips habe. Minimum. Die ich noch hochladen kann. Aber der neue Clip-Modus von Twitch ist so ekelhaft. Ich hoffe, die haben den in meiner Abwesenheit überarbeitet. Das ist wirklich vom Workflow 18 Klicks oder so. Und Ladezeiten der Hölle. Früher hast du geklickt. Hast den Clip bearbeitet. Geschnitten. Fertig. Jetzt klickst du. Wartest ne halbe Minute, bis die ganze Clip-Seite geladen ist. Dann musst du noch scrollen, weil die Sachen gar nicht in der View sind, die du ändern willst oder anpassen willst. Dann musst du nochmal einen Klick machen. Dann wird nochmal alles neu geladen, weil ein anderer Modus aufgeht. Aber wer das ausgedacht hat, das ist so ne UX-Hölle. Wirklich. Ganz, ganz schlimm. Industrial Business Park. Custom Service. Das hier müssen wir doch sehen, die Stelle, oder? Hier trennen sich zwei Straßen und da ist ein Hügel. Industrial Zone. Ist da ein Straßenname? Ich kann den nicht lesen. Das ist ja blöd. Ich möchte meine Clips mal in den Pausenzielen sehen. Wie gesagt, ich kann das null beeinflussen. Nur über Zuschauerzahlen auf den Clips. Also ordentlich die Clips in Social Media teilen und die Clips mit meisten Aufrufen kommen automatisch dann in diese Ansicht mit rein. Oder den Dienstbetreiber, der das macht, anschreiben, dass er das individualisieren soll. Ich glaube, man könnte sogar Geld sein dafür. Aber da habe ich natürlich kein Bock drauf. Da irgendwie 18 Euro im Monat oder so, damit die irgendwie andere random Clips kommen. Hier, da steht was. Äh. Ja. Aber auch nur Kampala Business Park. Ich weiß nicht, ob der so gut drinsteht, der Business Park. Unsere Straße müsste ich ja teilen hier hinten und das tut sie nicht. Hier. Da könnten wir aber wirklich sein. Die Stelle hier. Ist hier ein Stadion? Na gut, hier könnte ein Stadion gebaut worden sein. Wollen wir mal, du gehst Richtung... Achso, hier ist es. Die Richtung. Ähm. Du gehst Richtung Westen. Und du gehst Richtung Süden mit dem Bogen. Das ist ja falsch, die Stelle, nicht? Äh. Zu krasse Straßen. West-Ost passt aber eher in die Ecke hier. Hm. Business Park. Irgendeine Schule oder sowas wäre gar nicht schlecht. Ja. Hier ist Industrie... Dings. Aber wenn hier der Industrie Park ist, dann sind wir hier irgendwo drin. Und dann wäre doch die Straße das hier. Dann wären wir nur auf der Seite gerade gewesen irgendwo. Aber das ist auch zu krass von der Aufteilung her. Vielleicht sind wir auf der hier. Die teilt sich nicht so. Außer das hier ist so ein Dreieck. Wartet mal. Ich weiß gar nicht mehr, von wo wir herkamen inzwischen. So, von hier kamen wir. Wir fahren Richtung Osten. Ah. Und guck mal. Wir kamen Richtung Osten und dann teilt sich das nach Süden. In dem Business Park. Und da ist ein Kreisverkehr. Oh, das ist gut. Und das Problem ist, das wird alles inzwischen bebaut sein. Ja, guck mal. Das könnte das hier sein. Ja, ja, ja. Okay, dann sind wir irgendwo hier vielleicht. Kommt da hinter noch ein Kreisverkehr hinterm Kreisverkehr? Wie viele Straßen hatten der? Eins, zwei, drei, vier und unsere fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hätte er, aber der hat keine, die direkt nach Süden geht. Ja, nur eine, die nach Südosten geht. Na gut, die geht nach Südosten. Kommt ja auch so rauf. Kommt da ein zweiter Kreisverkehr? Ja, ist es. Definitiv, nicht? Straße nach Osten. Straße nach Osten. Mit so einem kleinen Ding. Mit einem kleinen Ding. Und dann nur eine nach da. Nach da keine. So sieht es erstmal zumindest richtig aus. Okay. Jetzt müssen wir nur herausfinden, wo wir rauskommen. Irgendein Laden oder sowas. An dem wir uns lang kranken können. Und ich glaube, diese NFA, Authority oder Marjana und Suns. Ah, die beiden Tankstellen, nicht? Das ist es. Wie hießen die? Bei den Tankstellen, dann wissen wir die Höhe ungefähr. Steel Industries. Auch nicht schlecht. Hier. Oryx und Oriana. Oryx, hier. Und auf der Seite ist denn Oriana. Ist nicht eingezeichnet. Ja, das passt auf jeden Fall von der Entfernung. Und wir kommen irgendwo hier raus. Steel and Tubes haben wir auch gesehen gerade. Und direkt bei uns ist was? Was wir noch sehen könnten? Karman Restaurant. Moonlight. Crane Naman. Najjana and Suns. Irgendwie können wir nur aus der hier kommen, nicht? Was ist hier? Kanon Enterprises. Kanon Enterprises. Und dann kommen wir aus der Ecke hier, nicht? Wir haben ja auch viel geredet. Es geht mir auch nicht um Zeit. Ich will ja auch rumherfahren, nicht? Also wenn ich eine Stunde brauche, wo ich eine Stunde, wenn es mir gerade gefällt, fahre ich halt auch mal, nicht? Wie in Japan oder so. Dann fährt man halt mal in eine Extra-Runde, in einen Extra-Kreis. Das Problem ist, hier ist halt gar nichts gebaut bisher. Wer Speed sucht, ist bei mir auf jeden Fall falsch. In beiden Hinsichten. Ich habe den Stream nicht mit, ohne Absicht, Cozy und Co getaggt. Hm. Ich glaube, unsere Straße ist gar nicht eingezeichnet. Das würde nicht passen. Wir könnten nach Süden. Und hier ist ein Kreisverkehr. Doch, Süden und da ist ein Kreisverkehr. Okay, das passt schon. Also wir stehen an der Stelle hier. Nach Süden und dann kommt der Kreisverkehr. Bango Bongo. 1,28 Meter. Mit, ohne Absicht. So sieht es aus. Ah, coole Ecke, nicht? Und es ist echt ein krass bebautes Gebiet. Du hast überall Häuser gesehen und trotzdem überall auch Palme und Bäume. Ich weiß nicht, ob für zum Beispiel Afrikaner europäische Städte genauso wirken, wie, ah, da ist mal ein bisschen Häuser und dann hast du aber einen Park und dadurch sieht das aus, wie die Stadt ist mitten in der Natur. Aber für mich wirkt das auch immer so, du hast kurz mal so fünf, sechs große Gebäude, aber dann hast du einfach auch wieder Boden, der noch nicht versiegelt ist. Das ist vielleicht auch eine Zukunftstaktik für uns eher, den Boden wieder aufzureißen und nicht mit Beton zuzupflastern oder Stein. Aber dadurch wirkt alles so, obwohl da Millionen wohnen, super, ja, locker, würde ich fast sagen. Nicht so, boah, das ist eine Metropole halt. Kann gut und schlecht sein. Und damit kommen wir zu den Final Results. Wir waren in der Türkei drei Minuten, wir waren in Polen vier Minuten und wir waren in Uganda 15 Minuten 30 mit zehn Minuten Quatschen, würde ich fast sagen, noch dazu. Gute 23,58 insgesamt und ich würde sagen, das war eine schnelle Runde, deswegen sehen wir uns zum nächsten wieder.